Du hast die Welt bereist. Nun musst du dich erforschen. Was du wirklich fürchtest, verbirgt sich in dir. Es gibt kein Zurück. Der Tod deiner Eltern war nicht deine Schuld. Training bedeutet nichts. Nur dein Wille entscheidet. Wenn du aus dir mehr als nur einen Menschen machst, wenn du dich einem Ideal verschreibst, wirst du zu etwas gänzlich anderem. Bist du bereit zu beginnen? Wo stehst du? Hier. Untertitelung des ZDF, 2020